Die Assoziation kennen wir bereits. Eine ihrer wichtigsten Eigenschaften ist die Multiplizität. Die Multiplizität besagt, mit wie vielen Objekten der anderen Klasse ein Objekt der einen Klasse in Beziehung steht. Zusätzlich kann man angeben, welche Rolle eine bestimmte Klasse in einer bestimmten Assoziation einnimmt. Lasst uns einen genaueren Blick auf Multiplizität und Rolle werfen. Zuerst wollen wir bei der Multiplizität uns um die richtige syntaktische Angabe der Multiplizität kümmern. Grundsätzlich kennen wir ja die Multiplizität bereits von den Attributen, denn auch bei Attributen kann ich die Multiplizität innerhalb von eckigen Klammern angeben. Jedoch ist die Multiplizität viel wichtiger bei den Assoziationen, weil ich sie da immer an den Assoziationsenden angeben sollte. Und darum kümmern wir uns jetzt an dieser Stelle um die Syntax der Multiplizität. Grundsätzlich kann die Multiplizität in Form eines konkreten Wertes angegeben werden. Es ist aber auch möglich, einen Bereich anzugeben. Das heißt, ich gebe den Minimalwert an, danach den Bereichsoperator, das sind zwei aufeinanderfolgende Punkte, und dann den maximalen Wert. Wichtig ist auch, dass man eine beliebige Anzahl mit Hilfe von einem Stern angeben kann. Beliebig bedeutet auch nach oben hin offen. Alternativ zum Stern kann ich auch ein N verwenden. Verwenden Sie ein Stern oder N, was Ihnen immer am liebsten ist. Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Aufzählung möglicher konkreter Kardinalitäten. Das heißt, die einzelnen Werte werden durch Beistriche voneinander getrennt. Sehen wir uns das anhand einer Reihe von Beispielen an. Möchte ich eine Multiplizität von genau 1 festlegen, so schreibe ich auch einen 1er. Das bedeutet genau 1 und nichts anderes. Uneingeschränkt bedeutet Stern, wie wir vorher schon gehört haben. Fragen Sie sich vielleicht, was ist dann die untere Grenze? Da steht keine genaue Zahl. Die ist ebenfalls nicht festgelegt, sondern ist der untere Wert, die untere Schranke eine Null, Reichsoperator Stern. Das heißt, beide Angaben sind äquivalent, ob Sie einen Stern schreiben oder Null bis Stern ist genau das Gleiche. Möchten Sie festlegen eine Optionalität, also Null oder Eins, so können Sie schreiben das Ganze als Bereich Null bis Eins. Sie können natürlich auch die konkreten Werte durch einen Beistrich getrennt schreiben, also Null, Beistrich eins. Die erste Form Null bis Eins wird jedoch weit häufiger angewendet. Sie können eine fixe Anzahl schreiben, beispielsweise hier 3. Sie können festlegen, Minimum 3, aber nach oben hin offen. Angabe 3 bis Stern. Sie können einen konkreten Bereich, das heißt auch die obere Schranke setzen, dann können Sie schreiben 3 bis 6. Eine Aufzählung ist auch möglich. Hier könnten Sie schreiben 3, 6, 7, 8, 9. Dann wären eben beispielsweise 4 und 5 als Kardinalität nicht möglich. Oder das zweite Beispiel kombiniert mit einem Bereich. Sie könnten auch schreiben 3, dann der zweite Möglichwert ist ein Bereich 6 bis 9. Das wäre genau dasselbe, wie das Aufzählen von 3, 6, 7, 8 und 9. Nachdem wir die Syntax zur Angabe von Multiplizitäten kennengelernt haben, möchten wir natürlich jetzt die Multiplizitäten auch bei den Beziehungen einzeichnen. Genauer gesagt wollen wir auch strukturierte Sätze bilden, die uns bei der Beschriftung von Multiplizitäten weiterhelfen. Da schauen wir uns am besten an einem Beispiel an. Wir haben hier eine Beziehung uns zwischen der Klasse Person und der Klasse Auto. Wir könnten jetzt einen Satz bilden, der lautet, mehrere Personen können mehrere Autos besitzen. Das ist zwar grundsätzlich nicht falsch, hilft uns aber bei der Beschriftung von Multiplizitäten nicht weiter, weil er mit dem Wort mehrere beginnt. Vorweg als Faustregel. Wir müssen genau so viele Sätze bilden, wie Klassen an der Beziehung beteiligt sind. Im Falle von binären Beziehungen müssen wir also zwei Sätze bilden. Um die Multiplizität zu bestimmen, frage ich mich, wenn ich ein Objekt einer Seite betrachte, mit wie vielen Objekten der anderen Seite dieses eine Objekt in Verbindung steht. Und das muss dann aber auch noch dazu für alle Objekte dieser Klasse gelten. Und daher beginne ich den Satz am besten mit dem Wort jeder oder jede oder jedes. Beziehungsweise in der Kurzform ein oder eine, wenn ich dann unterstelle, das gilt auch für alle Objekte dieser Klasse. Schauen wir uns das am Beispiel an. Wenn ich hier die linke Seite der Beziehung beschriften möchte, also die Multiplizität beschriften möchte, starte ich auf der gegenüberliegenden Seite und sage, jedes Auto steht mit wie vielen Personen in Beziehung, also wird von wie vielen Personen besessen. Und in unserem Beispiel heißt es, jedes Auto wird von einer Person besessen genau einer und daher trage ich als Multiplizität eins ein. Umgekehrt, ich möchte die rechte Seite der Multiplizität beschriften, starte daher bei der linken Klasse. Eine Person besitzt wie viele Autos? Und in unserem Fall gibt es Personen, die besitzen kein einziges Auto und manche Personen besitzen mehrere Autos. Daher kann ich sagen, jede Person besitzt null bis mehrere Autos. Um die Beschriftung von Multiplizitäten zu verfestigen, wollen wir das an weiteren Beispielen üben. Hier haben wir eine Beziehung zwischen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen und den Unternehmen, in denen sie arbeiten. Wenn ich die linke Seite wieder beschriften möchte, sage ich, jeder Mitarbeiter bzw. jede Mitarbeiterin arbeitet in wie vielen Unternehmen? Wir sagen in mindestens einem Unternehmen, weil sonst wäre sie keine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in unserer Anwendung. Und ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin kann auch in mehreren Unternehmen arbeiten, daher ist hier die Obergrenze mehrere zu setzen. Umgekehrt, ein Unternehmen hat mindestens eine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, aber in einem Unternehmen können natürlich auch mehrere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen arbeiten, daher ist auch auf der anderen Seite die Obergrenze ein Stern. Unser drittes Beispiel beschreibt Bestellungen und die darin enthaltenen Produkte. Daher haben wir eine Beziehung includes zwischen diesen beiden Klassen. Wir wollen die Multiplizität auf der rechten Seite beschriften und fragen uns, in einer Bestellung sind wie viele Produkte enthalten und können folgern, jede Bestellung beinhaltet mindestens ein, aber unter Umständen natürlich auch mehrere Produkte, daher eins bis Stern. Die Beziehung ist nur, von Bestellung zum Produkt hin navigierbar. Das heißt, wie es jetzt angegeben ist, werden wir von Produkt zur Bestellung nicht navigieren oder wir wissen es zumindest nicht. Dementsprechend müssen wir hier auch keine Multiplizität angeben. Jedoch könnte ich mir das zu einem späteren Zeitpunkt der Systementwicklung noch überlegen und dementsprechend ist es kein Fehler, die Multiplizität zumindest gleich festzustellen. Dann kann ich sagen, jedes Produkt ist nicht notwendigerweise in der Bestellung, also Untergrenze ist Null, aber unter Umständen auch in mehreren Bestellungen enthalten. Daher Null bis Stern. Ein kleiner Exkurs noch. Sehr oft spricht man von 1 zu 1, 1 zu N und N zu M Beziehungen. Wie geht man da vor? Hier stehen ja mehrere Zeichen und nachher aber immer nur zwei. Bei dieser Art der Bezeichnung, wie wir sie auch in unseren Folien verwenden, berücksichtigen wir immer nur die Obergrenze. Dementsprechend wäre das erste eine 1 zu N Beziehung, das zweite eine N zu M Beziehung und auch das dritte wäre eine N zu M Beziehung, die halt nur in eine Richtung navigierbar ist. Bislang haben wir nur Beispiele von binären Assoziationen, an denen zwei verschiedene Klassen beteiligt waren, betrachtet. Als letztes wollen wir noch eine sogenannte unehre Beziehung betrachten. Das heißt, eine Beziehung von einer Klasse mit sich selbst. Als Beispiel nehmen wir die Klasse Person und wollen die Eltern-Kind-Beziehung modellieren. Zu diesem Zweck nutzen wir auch das Konzept der Rolle auf jeder Seite der Beziehung und sagen, die eine Seite repräsentiert das Kind und die andere Seite repräsentiert den Elternteil. Wenn ich die Multiplizität auf Seite der Eltern beschriften möchte, starte ich auf der anderen Seite und sage, jedes Kind hat wie viele Eltern? Jedes Kind hat genau zwei biologische Eltern, daher ist die Multiplizität auf dieser Seite genau zwei. Umgekehrt, eine Person hat als Elternteil, wie viele Kinder? Nicht jede Person ist in Wirklichkeit auch ein Elternteil und jede Person hat daher nicht notwendigerweise ein Kind, daher ist die Untergrenze null. Aber eine Person kann als Elternteil auch mehrere Kinder haben, daher ist die Obergrenze Stern. Eine entscheidende Frage steht hier noch auf der rechten Seite, nämlich ist durch dieses Modell ausgeschlossen, dass eine Person Kind von sich selbst sein kann? Die Beziehung besteht zwar zwischen ein und derselben Klasse, doch üblicherweise werden unterschiedliche Objekte auf jeder Seite genutzt. Offensichtlich, ein Kind und das zugehörige Elternteil sind verschiedene Objekte derselben Klasse. Jedoch kann ich nicht ausschließen, dass dasselbe Objekt auf dieser Seite der Beziehung und auch auf der anderen Seite der Beziehung genutzt wird. Das macht im Falle einer Eltern-Kind-Beziehung keinen Sinn, wird hoffentlich nicht so etabliert, jedoch ausschließen kann ich es nicht. Dazu bräuchte man einen zusätzlichen Constraint, dafür dient beispielsweise die Objekt-Constraint-Language, die aber nicht Teil dieses Kurses ist. Jetzt, wo wir die Multiplizitäten kennen, können wir auch den Zusammenhang zwischen Klassendiagramm und Objekt-Diagramm uns näher ansehen. Wir haben hier eine 1 zu n Beziehung zwischen Kunde-Kundin und zugehörigen Konten. Jeder Kunde-Kundin kann mehrere Konten besitzen. In unserem Beispiel Martin besitzt 1, 2 Accounts. Die Untergrenze hier ist eine Null, dementsprechend kann es auch Kunden-Kundinnen geben, die keinen Account haben, wie hier Alex. Umgekehrt gilt, ein Account hat genau eine Kundin oder einen Kunden. Dieser Account hat den Martin als Kunden, dieser Account ebenfalls den Martin und dieser Account ist keinem Kunden, keiner Kundin zugeordnet. Dementsprechend kann es bei einer Multiplizität von 1 zu einem Account gar nicht geben und das wäre ein ungültiges Objekt im Objekt-Diagramm. Wichtig ist auch, dass Multiplizitäten im Klassendiagramm angegeben werden. Im Objekt-Diagramm kommen niemals Multiplizitäten vor. Es ist die Anzahl der Links, die von einem Objekt weggehen oder ankommen, die festlegen, wie die Multiplizitäten im Objekt-Diagramm sind. Um den Zusammenhang zwischen Multiplizitäten im Klassendiagramm und Anzahl der Links im Objekt-Diagramm weiter zu vertiefen, haben wir noch ein Beispiel. Diesmal handelt es sich um eine unehre Assoziation, um eine Mentoring-Beziehung zwischen Personen. In dieser sei festgelegt, dass ein Mentor maximal einen Mentee betreuen kann und umgekehrt habe ich als Mentee maximal einen Mentor. Das sei am Beispiel hier rechts verdeutlicht, nämlich Tom als Mentor hat genau einen Mentor, nämlich Lane und Lane als Mentor hat genau einen Mentor, nämlich Tom. Da ist alles in Ordnung. Aber Alex hat als Mentor zwei Mentees, nämlich Sohen und Emma. Doch die Anzahl der Mentees für jeden Mentor ist mit eins beschränkt. Dementsprechend ist es nicht möglich, dass wir hier einen zweiten Link haben. Also dieser ist nicht korrekt. Das könnte auch der andere nicht korrekt sein. Hier haben wir eine Person, Frank, die hat überhaupt keine Mentoring-Beziehungen. Das ist okay, weil jede Person auch null Mentoren bzw. auch null Mentees haben kann. Daher ist Frank ein dem Klassendiagramm entsprechendes Objekt. Interessant ist hier noch die Person Ava. Nämlich Ava ist laut diesem Link der Mentor von sich selbst und damit auch der Mentee von sich selbst. Das macht in der Praxis natürlich keinen Sinn. Aber ist dieser Link konform zu diesem Klassendiagramm? Und da lautet die Antwort ja. Weil da ist nur festgelegt, dass jede Person maximal einen Mentor haben kann und jede Person maximal einen Mentee. Und Ava hat maximal einen Mentor, nämlich die Ava. Und Ava hat auch maximal einen Mentee, nämlich die Ava. Das heißt, möchte ich ausschließen, dass diese Beziehung aufgenommen werden kann, die in der Praxis keinen Sinn macht, so brauche ich zusätzlich einen Constraint, der mir angibt, dass im Falle von einer Mentoring-Beziehung der Mentor und das Mentee nicht dasselbe Objekt sein dürfen. Das heißt, dieser Link darf nicht beim selben Objekt starten und enden. Wir wollen nun das Konzept der Rollen behandeln. Das heißt, es können Rollen festgelegt werden, die von einzelnen Objekten in bestimmten Beziehungen gespielt werden. Sehen wir uns das Beispiel an. Wir haben hier die Klasse Apartment und die hat zwei Beziehungen, die beide hin zur Person navigierbar sind. Ich lege fest, welche Personen mit einem Apartment in Beziehung stehen. Und das sind sowohl die Besitzer als auch die Mieter des Apartments. Und die möchte ich wohl voneinander unterscheiden. Und das gelingt mir durch das Konzept der Rollen. Ähnlich auch die beiden unteren Beziehungen hier. Ich lege für eine Person ihre Wohnsitze fest und jede Person hat genau einen Hauptwohnsitz, charakterisiert durch diese Rolle. Und eine Person kann mehrere Nebenwohnsitze haben, charakterisiert durch diese Rolle. Ich möchte auch noch erwähnen, dass in unserem Beispiel hier vor der Rolle immer eine Sichtbarkeit angegeben wird. Man kann natürlich Sichtbarkeit und Rolle miteinander verwenden. Es sind jedoch voneinander wohl unterschiedene Konzepte. Das heißt, ich könnte auch nur eine Sichtbarkeit ohne Rolle angeben, genauso wie ich eine Rolle ohne Sichtbarkeit angeben kann. Das macht durchaus Sinn. Sehen wir vielleicht auch später bei der Übersetzung in den Code. Nun ist uns die Angabe von Multiplizitäten an den Assoziationsenden auch klar. Den Assoziationsenden kann man zudem die Rolle des jeweiligen Objektes angeben. Setzen wir in der weiteren Folge mit der exklusiven Assoziation und mit der Assoziationsklasse fort. Also fürs 4-3-3-2-3-4-3-7-5-8-7-9-8-0-3-0-6-6-2-3-2-1-1-4-4-1-1. Interakt.